Was machst denn du hier? So, wie trinken die denn? Der trinkt doch gar nicht, oder? Na klar, der macht das ganz klar, wie ein Strohhelm. Der saugt richtig, guck mal. Du guckst nicht, du guckst nur durch die Kamera. Romy, der trinkt das, der hätte bestimmt 3-4 Löffer getrunken. Filmst du? Wenn du hier trinkst, dann machen wir den Ufer, dann schnell guck mal. Ja. So, jetzt.